Hallo Menschen, euer Senseless Survivor wieder hier mit zwei Runden Hand Showdown und dieses Video ist wie ein Überraschungsei. Es enthält drei gute Dinge. Erstens, es ist kein altes Video mehr, es ist brandneu, es ist vom letzten Sonntag. Zweitens, das Spiel hat es gut mit mir gemeint und ich bin direkt auf Desal gelandet. Und drittens, ich werde bekleidet vom lieben Tim Akadrazar. Also kann ja fast nichts mehr schief gehen. So, wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns. Bis dahin, tschüssi, euer Senseless. Das heißt, ist jetzt reine Glückssache. Das ist die Neue. Das ist die Neue, das hörst du schon? Ja, das hörst du an dem Adler schreien. Ich habe gar keinen Adler gehört. Fängt schon mal gut an, würde ich sagen. Hey, da hinten rechts, wo ist das? Lower Desal. Lower Desal. Einer von meinen Lieblings-Compounds. Cool. Können wir direkt mal hingehen. Na dann, Feuer frei. Weil das ist einer von den neuen Compounds, der so richtig so anders ist. Okay. Das ist dieses Western-Dorf. Ah, das ist sehr schön, sehr schön. Die anderen sind halt auch neu und anders, aber optisch halt nicht. Also jetzt rein von der Optik, von der Spielweise sind die sehr, sehr anders. Aber optisch halt nicht so ganz anders. Deswegen mag ich das hier so gerne. Ich finde es schon mal gut, dass es Hand gut mit uns meint und schon mal die neue Map mir präsentiert. Oh ja. Ja. Ist nicht selbstverständlich das Glück. Aber du bist jetzt hier der Redelsführer. Du musst sagen, wohin und was. Auf der neuen Map, ich kenne mich da selber nicht aus. Ich hätte da ständig von irgendwelchen Fenstern geholt, wo ich schon nicht mal weiß, dass sie überhaupt da sind. Du hast ein gepanzert. Ach so. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir wurschteln uns da jetzt durch. Wir töten einfach alles, was wir sehen. Oh. Sollen wir da hingehen? Könnte der andere Boss sein. Ja. Na dann. Klingt direkt nach dem Kompott nebenan. Aber das... Ach so. Okay. Ja, hier ist quasi der Wohnort und da oben ist die Großstadt. Ah. Oh, das klingt nah. Ja. Oh, neun. Giftspritze kann ich mir mal ja reinjagen. Und dieses Mal werde ich halt wahrscheinlich nicht prestigen. Ich werde mal wieder bisschen die Waffen frei spielen. Mhm. Ja, die sind in dem Hauptgebäude drin. Okay. Da ist der Boss drin. Okay. Da hat eine Schrotflinde. Äh, mindestens eine, ja. Ja. Eine Rival. Verdammt. Ich sehe, unten links läuft ein Counter für die Giftspritze. Ja, stimmt. Ähm, mittlerweile kriegst du, hast du einen Timer. Aha. Für Giftspritze, für Ausdauerspritze, für alles. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wo die rausschießen können. Überall. Überall, glaub mir. Das ist, äh, jetzt nur Winfield, wenn du Interesse dran hast. Ah, da habe ich keine Zweitwaffe. Ich habe hier so mittlere Waffe und zwei Handpistole. Also ich versuche halt mit Romero ein bisschen ranzukommen. Ja. Ich bin oben. Okay, ich bin unten an der Tür. Oh. Puh. Ey, wir hatten ja die Tür zugemacht. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Äh, wo sind die? Meiner war unten. Ja, die sind, glaub ich, alle unten. Ich bin oben. Nein. Ey, guck. Lass, lass dich schnell, lass dich schnell erwischen. Hat mir schon eine übergezogen. Fuck. Wie lebt der noch? Mist, dass die scheiß Splitterbombe da nicht reingeflogen ist in das Fenster. So. Der hat Fächer und der eine, pass auf. Und der hat eine Schrotflinte. Einen habe ich. Fuck. Eigentlich am besten. Einer ist hochgerannt, das kann ich dir sagen. Wo der letzte ist, weiß ich nicht. Ich habe alle beide. Ich habe alle beide. Uiuiui. Ach du, der wirft was? Oh, ich habe keine Heilung mehr. Ich kann, ich kann nicht heilen, wenn du mich aufstellst. Wird schwierig. Ach, du machst das schon. Warte, ich kann den einen looten. Da ist er. Hast du ihn gesehen? Ja. Wieso habe ich denn kein Heilpaket gekriegt? Alter. Du hast doch noch zwei Spritzen. Ah, du hast recht, du hast recht. Danke, dass ich dich habe, Tim. So, jetzt legst du deine Pistolen nach. Sehr schön. Und dann machst du das ganz entspannt fertig. Ich habe mich gewundert, woher du das alles weißt, aber du kannst mir ja zuschauen. Ich bin ja Tarkov, da gibt es sowas nicht. So. Jetzt geht es rund. Monster, Alter. Oh, da draußen sind die nächsten. Ja, ich weiß nicht, ob es die nächsten sind oder ob der zu denen gehört. Schnell, komm hoch. Nee, da dringend. Ich muss mich heilen. Ja. Ich nehme mal auf und gucke mal. Ja. Da sind welche. Boah, hier fliegt die ganze Zeit eine Mücke auf mir rum. Oh, oh, Tim, sorry. Hallo. Ich werde von unten. Von wo? Von oben? Ja. Da fällt schon was auf. Scheiße. Oh, jetzt ist er wohl unten. Oh, da ist er. Der wird ja nachkommen. Ah. Ah. Aber war eine gute erste Runter. Für mich zumindest. Alter. Aber nur gut, dass du zugucken kannst, dass du mir wenigstens sagen kannst, was ich... Ich muss mich erst wieder reinfinden, Alter. Ich auch. Alter. Was waren es denn? Drei, vier? Ja. Ja. Ich hätte gern mehr geholt. Boah, ja, ja. Du hast vier Sterne. Ich habe fünf Sterne. Dann Erleichterung. Dadurch sind wir bei im Schnitt vier Sterne Gegnern. Also mein Niveau dann sozusagen für dich gut, für mich bleibt gleich. Ja, genau. Weiß nicht. Also es macht kaum einen Unterschied, ob der jetzt vier oder fünf Sterne hat. Nee. Da merkst du keinen Unterschied. Wahnsinn. Ich sehe gerade, wir sind ziemlich schnell auf dem Surfer. Mhm. Das ist jetzt aber wieder alte Map. Ja. Achso, wir haben die gleichen Waffen, glaube ich, oder? Ja, beide. Ich will mir die Slug-Munition freispielen. Ah, okay. Okay. Das ist eine sehr schöne Munition für Schrotflinten. Und die Rival ist meiner Meinung nach die beste Schrotflinte dafür. Mhm. Die verschießt halt keine kleinen Schrotkügelchen, sondern eine dicke Kugel. Ja. Dadurch hast du mehr Reichweite. Ah. Ich nenne es gerne eine Mini-Nitro. Ja. Ich glaube, das habe ich bei dir im Video schon gesehen. Kann sein, ich spiele die sehr, sehr gerne. So, jetzt wieder alte Map, sozusagen. Genau. Aber auch nicht schlecht. Also, jetzt hast du keine Ausreden mehr. Ne, ja doch. Ich kenne mich trotzdem nicht mehr so gut aus. Aber ungefähr. Also, es ist schon auf jeden Fall besser als auf der neuen Map. Aber die neue Map war schon geil. Ich hätte gerne ein bisschen mehr angesehen, aber... Rot. 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 Also, der Clou ist rot. Ja, ich los. Ich komm rum. Hit. Ich bin mal drin. Ja. Nein. Die sind bei mir, die sind bei mir. Ja. War jetzt Hälfte. Ah. Einer hätte nur noch einen Hit gebraucht. Sehr schön. Der andere war gut angeschlagen. Der ist... Okay. Ja, da habe ich nachgeladen. Mhm, mhm, mhm. Du warst so laut, da habe ich nichts gehört. Zur Waffe weg, zur Second... Wacken, Wacken, Wacken und Murse. Ach, die war auch leer? Ach so, scheiße. Richtig. Schnell rein, schnell raus. Nach der TV ist er auch nicht. Jetzt haben wir eine höhere Chance wieder auf die neue Map zu kommen. Auch nicht schlecht. Da müssten wir was Positives sehen.